So Leute, da sind wir bei der ersten epischen Aufgabe, nämlich durch Besuch im Verlauf eines Matches verschiedene benannte Orte. Benannte Orte sind halt eben ganz leicht zu finden, indem man halt einfach den Namen sieht von dem Ort. Jetzt bin ich gerade überlegen, wie ich das Ganze hier mache. Ich glaube, ich fange an bei Belivery Beach. Hol mir da ein Auto und reise einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Und nämlich, denkt dran, in Gruppenkeile, die Zone ist ja inzwischen direkt schon da und fängt an zu wandern. Das Problem ist halt einfach, es ist alles viel schneller. Also die Aufgaben für uns werden insgesamt komplizierter, sage ich jetzt einfach mal. Eine Runde fünf Orte, geht natürlich auch easy im Solo-Modus, wenn du mit dem Auto rumfährst oder mit dem Ufo rumfliegst. Ist natürlich auch möglich. Ich probiere das Ganze jetzt mal ganz einfach auf die Art und Weise und versuche einfach mal mein Glück. Wie gesagt, im Match fünf Orte besuchen. Mein Controller, ich schmeiße ihn gleich gegen die Wand. Wird ein bisschen längeres Video, aber ich denke mal, die meisten werden schon wissen, was wir machen müssen. Ich habe es ja gerade erklärt. Nun, Gruppenkeile ist natürlich das Problem mit den Fahrzeugen. Deshalb werde ich das Ganze jetzt hier anders machen. So, zwei Orte habe ich dann. Ich kann schon in einer Runde zwei Orte besuchen. Direkt schon, wenn ich gut gelandet bin. So, ich bringe mich nämlich jetzt um. Mal gucken, wo er mich wieder rauslässt. Tack, tack, tack. Er lässt mich da aus. Das ist perfekt. Dann kann ich nämlich Craigie direkt abfarben. Zack, da wäre ich nämlich schon bei Ort Nummer drei. Zack, hier auch direkt wieder hochbauen. Direkt wieder umbringen. So, drei. Hier ist definitiv vier. Also, wir müssen eigentlich easy hinkriegen. So, dann versuchen wir noch ganz schnell, in Boney Burbs zu landen. Dann haben wir nämlich da Ort Nummer vier. Ah, das ist eine Gruppenaufgabe. Jetzt sehe ich es erst. Lol, dann ist es ja voll einfach. Also, ihr seht es gerade, es ist eine Gruppenaufgabe. Im Prinzip ist es ganz easy zu machen. Ich muss jetzt eigentlich nur an einem Ort landen. Ich selbst war jetzt an... Ne, hier war keiner von mir. Also, wie gesagt, macht das Ganze in Gruppenkeile. Ihr seht es. Zack, schon haben wir die Aufgabe gelöst. 30.000 XP eigentlich für gar nichts machen. Wo sind wir gelandet? Belivery Beach. Ein Craigie. Und jetzt ein Boney Burbs. Aber die anderen in der Gruppe haben das Ganze auch schon mitgemacht. Also, ganz easy zu schaffen. Ich denke mal, ihr werdet es auch schaffen. Macht es halt einfach in Gruppenkeile. Und da seht ihr schon, es ist ganz einfach. Wenn die Gruppe sich ein bisschen aufteilt, geht das Ganze ganz schnell. Und in dem Sinne, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Und gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne, haut rein.